So, es ist ein spanisches Spiel zwischen Schweiz und Spanien in Nations League. Es sind fünf Minuten nach Spielzeit. Ihr könnt diesen Text lesen. We have a Nations League zwischen Schweiz und Spanien. Erste Halbzeit. Schweiz, überlegen, überlegen, gespielt. Und die Schweiz, in der ersten Halbzeit ein bisschen, nicht so gut gespielt. Aber, die Schweizer sind aufgeregt. In der ersten Halbzeit, sie haben nicht, wohin der Ball gespielt. Und zwar, dann kommt in der 26 Minute, also die Schweiz haben immer wieder Chance gehabt, zum diesen Spiel zu und zum Spiel rauskommen. Und ja, also die Schweiz haben könnte das Spiel Führungsspiel. Dann kommt in der 26 Minute ein Hammer-Tor. Remo Freuler macht den 1-0 für die Schweiz. In der 26 Minute der Bergamo-Spieler. Bergamo-Spieler Remo Freuler. Und dann, was passiert? Es sind übrigens fünf Minuten nach Spielzeit, Schweiz gegen Spanien. Aber jetzt sind es zwei Minuten immer noch. Und da muss ich mal reinblicken. Sergio Ramos verschossen. Also Ramos hat elf Meter. Also Premier Mbolo hat gelbe Karte. Freuler hat die gelbe Karte. Und Elvedi hat die gelbe Karte. Und eine rote Karte Elvedi. Und ja, und dann kommt verschossener Strafstoß. In 57 Minuten verschießt Ramos. Den 1 zu 1 verschießen sie. Und was passiert? Dann kommt den zweiten Elfmeter. Sommer pariert den ersten Elfmeter. Und dann den zweiten Elfmeter. Ramos, der Käpt'n, verschießt. Und das zweite Mal. Da hat er wirklich nur Feind geschossen. Also, ja, da konnte man schon mehr schießen. So, ja, hat man. Ja, es ist ein feiner Schuss. Aber, ja. Es sind drei Minuten nach Spielzeit. Es spielt noch drei Minuten nach Spielzeit. Portugal. Portugal. Also, Portugal spielt er jetzt. Also, Portugal 0 und Frankreich 1. Wie bei der Nachspielzeit. Hoffentlich macht das Portugal dann 1 zu 1. Und ja. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Noch mehr für Videos, was ihr machen solltet. Schreibt mal in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Zu meinem Kanal zu abonnieren. Und ja. Diesen heutigen Video und morgen mache ich neue Haare. Ja. Morgen neue Frisur. Ja. Also, neue. Morgen kommt neue. Also, morgen mache ich neue Frisur. Schneiden. Haare. Also, morgen meine Haare schneiden. Und. Aber da spielt immer noch Portugal. Ja, lasst ein Like da. Und jetzt sind es noch eine Minute. Noch eine Minute. Und Portugal filierte leider. Scheisse. Oh, es gibt ein Handspiel von Spanien. Spanien. Aber Schiri sagte nein, nein. So. Deutschland gewinnt 3-1 gegen Ukraine. Und Schweden gewinnt.